Bonjour Mesdames et Messieurs, willkommen zurück in unserem kleinen Etablissement Chez Jenny Hi Und Chez Jen et Josh Wir servieren heute Hausgemachtes Oh Glaube ich Mal sehen, auf jeden Fall gibt es einen geilen neuen Skin, den bin ich Wir sind hoch motiviert Ich will eine Katze sein, ich will eine Katze sein Und ich habe gesagt, ich wollte die Musik lauter machen Yes, do it Nein Steuerung Muss ich jetzt das Spiel verlassen für Na ja, dann lassen wir das erstmal Ich muss sowieso mein Ton nochmal lauter machen Ich kann mit dem K durch die Gegend Und Jenny fährt uns mal direkt zur Nummer 5 von 1 So, nee, ich will Kitty Cat sein Kitty Cat, Kitty Cat Ich bin nicht der Mexikaner Der Abwasch, Junge Kannst du denn auch? Espanol Das war rassistisch Bereit? Okay, warte, was müssen wir machen? Warte, was müssen wir machen? Tomaten Du hast Tomaten Ich hole Tomaten Fuck, ich hätte andersrum laufen sollen Da hackt schon mal Ich hole den nächsten Ich hacke Ich muss sagen, wir haben gerade kurz gequatscht Also es motiviert extrem dieses Spiel Oh nein, ich habe es daneben gelegt Es motiviert schon ziemlich, dass man einfach So seine Arbeitsabläufe einfach perfekt haben will Ich hole schon mal die Pilze Ach das macht so Spaß So Du kannst gleich aufpassen, dass die da nicht an Mach ich Mach ich Mach ich Ich mach es, solange schon mal die Pilze fertig Zack Zack Und Echt, dass der Laden hier perfekt läuft Saviert Und weiter geht's Und weiter geht's Achtung, du kommst da nicht durch Ich folge dir Ich mache schon die nächste Tomaten-Super-Vila Das ist einfach, das ist völlig Super Pair Ja, da hast du dein Tomaten Ja, ich muss erstmal das servieren Und gleich müsste der dreckige Teller kommen Yeah, ich werde ab Diese ganze Optik erinnert mich übrigens total an Pizza-Pizza-Connect Nein, ich muss doch Aha, sag doch was Was? Ich dachte, du haust das da in den Topf Ne, ich habe doch gesagt, ich muss es abfaschen Hören wir halt zu Hier, packen wir das da rein, ich hole die letzte Ja, mach ich Drinnen ist es Weil ich sage mal, die ganze Optik hat total was von Pizza Warte, warte, mach Ich fange mit der Zwiebel an Äh, Pizza-Connection Wo man aber so eine Top-Down-Perspektive hatte So wie hier, nur nicht ganz so weit Ah, ich serviere, ich serviere, ich serviere Du servierst, okay Boah, ich glaube andersrum Naaah Los, was wollen wir als nächstes? Pass auf, die Zwiebel branden an, die brennen an Steh vor dem Topf Ja, mach doch schon Du hast gesagt, schnell nimm es vor den Topf Warte, warte, okay Auf den Topf Bist du da? Auf den Topf Auf den Herd Auf den Herd Nein, aha, das geht nicht Ja, jetzt haben wir es zusammen, okay Brauchen wir jetzt Zwiebeln? Oh Gott, oh Gott Ja, schnell, schnell, schnell Ich nehme Zwiebeln Okay, soviel zu den Abläufen Abläufen, wir sind einmal Wir sind ja völlig inhibizient, weil nur einer arbeitet Ich Los, die zu Hause So, okay Ich wasch ab Servieren Servieren Das schaffen wir noch Das schaffen wir noch Das schaffen wir noch Servier du Ich mach die nächste Serviert Ich muss abwaschen, sonst haben wir keinen Teller mehr Abwaschen, abwaschen, abwaschen Zack Abwaschen, abwaschen, abwaschen Zack 2 teile neue Teller sind da 2 teile neue Teller sind da Und ich hole dir neue Zutaten Was brauchst du? Dass da oben kommt Pilz Das wird nichts. Aber als nächstes ist es auch Pilz. Die können wir aufheben für nächstes Mal. Ja, ich weiß. Weg da! Ja! Du bist da außen rumgeladen. Ineffizienz aus der Hölle. Pilz schaffen wir auch. Oh, die nächste Pilz könnten wir aber schaffen. Ja, deswegen hab ich ja gesagt, los. Dir fehlt noch ein Pilz, sag doch was. Ja, natürlich. Aber kommunizier doch mit mir. Ja, hab ich doch gesagt, Mann. Du seid ja weg. Du kleiner Banause. Okay, wir haben da eine Pilz, äh, eine Pilz. Zwiebel. Ah, fuck, jetzt hab ich diese Zwiebel angefangen. Ja, ich bin völlig überfordert. Wieso? Ah, meine Pilze. Nein! Die Pilze. Was brauchen wir? Mann, die Suppe. Die muss raus. Die Suppe ist fertig. Die muss raus. Welche? Mann, die daneben stehen. Die ist gar nicht fertig. Ich hab die extra vorgekocht. Aber die ist doch gar nicht fertig. Doch, die ist fertig. Weg da. Raus damit, raus damit, raus damit. Lauf, 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 lauf. Sag gut, was brauchen wir? Äh, Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel. Da sind schon zwei gehackt. Ja, ich hol. Was brauchen wir? Wir brauchen noch Pilze. Wenn du noch einen Pilz schaffst. Weg da. Okay, ist gleich fertig. Ich hol den Pilz. Ich hol den Pilz. Der ist doch hier schon. Nein! Der liegt doch da schon. Oh, wer damit? Ja, das brennt an ohne dich. Hau die Suppe raus. Hau die Zwiebeln raus. Ja, ich doch schon. Und wer wäscht jetzt ab? Wo ist denn da? Ah, da sind die... Ich renne doch schon. Ich muss abwaschen. Wir haben keine Teller mehr. Okay. Fatal. Entschuldigung. Oh. Vielleicht hilft das. Ich hab mal kurz so ins Ressort reingerufen. Ah. Oh. Gott, du warst zwei Stangen. Wir waren voll schlecht. Oh, es macht so Spaß. Völlig versagt. Das ist das perfekte Spiel, Leute. Weil beim Let's Play muss man sich nicht anstrengen, wenn man sich so oder so... Aber das stresst mich übelst, Alter. Das war so Spaß. Ich hab gesagt, es ist immer total warm. Ich hab das Gefühl, wir würden ja mitten in dem Herd stehen. Wenn das mal am Wochenende spielen soll, als das 35 Grad waren. Hallo, da waren wir beide krank. Nee, weil es so heiß war hier. Ja. Ich würd fast noch mal. Aber dann, machen wir erstmal weiter. Okay. 14. Ja, das Minimum geht einfach, ne? Ja, später müsste alles drei Sterne sein. Hm. Wir wollen doch hier... Best of... Okay, was gibt es? Burger. Burger. Sie sagen einfach nicht. Okay, ich machs Fleisch. Ich mach wie immer den Salat. Wir haben jetzt gerade extra nachgeguckt in der Pause. Hä? Achso, ich muss erst... Ah, stampen. Extra nachgeguckt, wie die ganzen Titel auf dem Französischen heißen. Wann ich immer? Französisch... Wow, the fuck. Was? Das ist unfair. Komm wieder runter. Ah, hier unten kann man auch. Ja, weil es brennt doch oben an. Ja. Okay, der geschnittene Salat. Ich schneid einfach so lange was braucht. Ist eigentlich sollte einer dann oben bleiben? Na, jetzt kann es sein. Doch, wahrscheinlich. Aber... Was sollen wir denn noch Tomaten? Ich hab Tomaten. Okay, warte. Nix runter. Aua, ey. Nein, hier ist... Warte. Hier hörte Salat, Brötchen noch. Ich machs... Wo ist das Brötchen? Da hinten. Ich machs Brötchen, ich machs Brötchen. Ich machs Brötchen fest. Ich mach den fertig, den ersten. Okay, ich mach schon mal das nächste. Fleisch runter, Fleisch runter, Fleisch runter. Ja. Fleisch runter, 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 Fleisch runter. Okay, Achtung, Fleisch. Und dann brauchen wir Tomate. Nein! Oh Gott. Ich habs geschafft. So, jetzt kann ichs da oben nicht so wenig. Hier unten haben wir Tomaten, Salat und Brötchen. Kann ich den runter werfen? Oh, man kann runterspringen. Kann man auch runter springen? Man kann halt nicht hoch. Okay. Reite einfach mal ein bisschen vor. Ich wasche schon mal ab. Und hier liegt jetzt der Teller. Wir brauchen den Salat da oben. Fleisch haben wir, Salat haben wir, Tomate. Fleisch haben wir schon? Ah ja, Fleisch haben wir. Also Brötchen. Und ich mach doch schon Lauf. Warum? Ah, ich habs nicht auf den Herd gestellt. Scheiß Pfanne. So, ich hab Trinkgeld. Kannst jetzt so. Hallo, ich will auch was. Okay, jetzt nur Fleisch ist auf der Pfanne. Warum zweimal das gleiche? Ich mach nochmal Fleisch. Ah, Hilfe! Bleib oben. Ah, nee, Scheiß, das hilft dir nicht. Weil jetzt fehlt dir das Fleisch vielleicht da oben. Ja, genau. Warte, ich komm. Aber ich kanns runterstellen. Achso, du machst abwasch. Ich mach schon mal Salat für gleich. So, ich stell hier das mal. Nein! Ich hab die Tomaten weggeworfen. Ach du Depp, ey. Oh nein! Ah, Hilfe! Ich hab... Ich hab... Jetzt versuch's mal nicht wegzuwerfen. So, warum kommt das Fleisch hier hin? Gott sei. Was fehlt da noch? Ah, es kann raus, ne? Genau. Und dann noch... Haben wir noch ein Fleisch irgendwo? Nee. Hier, das hast du schon gehackt, ne? Ja. Alter, lass uns das Fleisch hier braten. Da kommt man nochmal ran. Ah, das haben wir, das haben wir. Und dann noch ein mit Salat. So, hier ist der Teller dafür. Ohhhh! Bleib oben und hol den Teller runter. Mach ich ja. Und wupp! Das macht so Spaß, ey. Oh, das ist so ein einfaches Spielprinzip, aber es ist so unglaublich. So, wir brauchen... So, wir brauchen... Ich hab hier. Das fehlt nur noch das Fleisch. Stell's da hin? Ja. Hier, dann kann der raus. Ich sammiere. Dann brauchen wir als nächstes Salat. Hast du schon geschnitten? Salat haben wir, dann brauchen wir noch das Fleisch. Das Fleischchen ist da, genau. Da fehlt nur das Fleisch. Mach das nächste Fleisch. Ach, ich hab's noch nicht gehackt. Okay, wir brauchen... Dann brauchen wir aber gleich, am besten gleich noch... Ich mach gleich noch das nächste Fleisch. Mach Tomaten. Und Grünzeug. Was ist denn das für ein Restaurant, wo das... Tomatengrünzeug. Oh, bleib oben, pass auf das Fleisch auf. Tomatengrünzeug. Zack. Ich pass auf das Fleisch auf. Okay, der nächste ist fertig. Oh, wir brauchen noch Grün. Den nächsten können wir ausliefern. Dann brauchen wir noch komplett... Da fehlt dann noch das Fleisch für den rechts oben. Der ist dann für dich. So. Ich mach schon was. Oh, der hat schon alles hier. Ja, ja, der kann weg. Der kann raus. Ich servier den. Du kommst zwischen den nächsten und ich mach den abwasch. Ja. Ich wünschte, das würde zuhause bei uns so laufen. Können wir bitte koordinierter sein? Schon mal ein Brötchen? Nein. Nein. Darf noch nicht vorbei sein. Okay, schau mir nicht mehr. Es macht so Spaß. Geht weg. 144. Ein bisschen für zwei gereicht dann, ne? Oh Gott, ey. Boah, das Spiel ist unbedingt zu viert spielen. Ich auch. Boah, 200. Nice, nice. Nächster Stern ist 200. Und Tipps 24. Unerledigte Bestimmungen, hm? Oh, das ist so gut. So gut. Neuer Koch. Oh, guck mal. Das Spiel hat alles dabei. Tiere. Sämtliche. Wettbewerbsländer. Sämtliche Länder. Stadt 3. Ich dachte, wir waren in Stadt 1. Äh, das ist die ganze Zeit. Okay. Da gibt's übrigens Brücken, über die man fährt. Rattelkammer. Okay. Oh, da ist deine Zwiebelsüb. Oh. Das hat echt sowas von Super Mario, ne? So ein bisschen, ne? Mit dem Zwischenleveln. Seid gegrüßt, meine kleinen Freunde. Wir schreiben jetzt das Jahr 1995. Es ist zwei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Boah, wir haben in zwei Jahren nur so wenig Gerichte gelernt, George. Die Zeit ist wirklich wie im Flugvergang, nicht wahr? Eure Reisen kommen gut voran. Ihr werdet allerdings an eure Zusammenarbeit arbeiten müssen, wenn ihr euch dem Herausforderungen stellen wollt, die euch bevorstehen. Reist gern Osten, wo euch mehr Küchen erwarten. Und nun geht, meine Freunde. Ich will den Hund. Mach jetzt eine kulinarische Weltreise. Kann ich... Mit welcher... Schnopf hast du gesagt, ist Body Shack? Bäschen ist B. Dann machst du so einen Sprung nach vorne. B. Okay. Ja. Wie müssen wir denn lang? Wir gehen in den Osten. Osten ist da. Ja, ja. Fein. Achso, da kam Ursch nicht mehr her. Oh. So sieht der Osten aus. Oh Gott. Essen auf Rädern. Okay, wir brauchen mindestens 60. Mindestens 60. Okay, jeder muss auf einer Seite wahrscheinlich sein. Das wird chaotisch. Das ist ein schlechtes Essen. Jetzt geht's wieder auf einer Seite. Wenn wir das wollen. Burger. Immer wieder Burger. Ich mach Fleisch. Ich mach Tomaten. Okay, kommen wir jetzt da rüber? Warten. Okay. Dann machen wir schon mal Vorrat. Ja, hörte. Ich kümmere mich ans Fleisch. Ich häcksele. Okay. Tomate. Oh, Tomate hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. Okay, ich warte hier, weil das Fleisch, äh, genau. Ich würde sonst fertig. Oh Gott, da muss man ganz schön gucken jetzt. Wir machen immer noch fertig. Machen wir Fleisch mal jetzt. Salat. So, ich kann, äh, aus. Zack. Okay, ich mach gleich mal eine Doppelrunde Fleisch. Ich mach schon mal die Burgerwollchen drauf, weil die braucht man eh immer. Dann brauchen wir noch einen Salat. Also einen mit und einen ohne Salat. Das sind Teller. So, die brauchen jetzt noch beide. Oh, die sind sauber, die Teller. Also man muss nicht abwaschen. Schon mal gut. Tja, man kann doch gar nicht abwaschen. Nee. So, was ist denn als nächstes Trailer nur... Also einen mit und einen ohne Salat. Der eine hat schon Salat. Beide brauchen Fleisch. Ja. Und der dritte kriegt alles. Welcher wird der dritte? Okay. Du siehst ja darüber immer. Der ist auffällig hier, ne? Ja. Ah, warte, wir haben ihn einfach saut. Oder? Nee. Mit, ja genau, der kann raus. Komm und raus. Fuck, jetzt müssen wir hier. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Statt mich hier alleine zu lassen. Tellern schnell, tellern schnell. Mach ich doch schon. Okay. Wir brauchen jetzt nur noch einmal. Fleisch. Ups. Hahaha. Ist das schon gehäxelt? Ja, ja, ja. Kann, 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 kann. Okay, ein mit. Ein nur mit Fleisch und ein mit allem. Ein mit allem, okay. Tonate. Ich kümmere mich schon mal um Nummer drei. Also ich mache schon mal Fleisch und... Das wäre cool, wenn wir das in der richtigen Reihenfolge hinstellen würden. Aber dafür sind wir noch so blöd. Ja. So, ich warte mal. Ach, das ist eine schöne Aufgabe. Ich würde jetzt auch mal irgendwelche Geschichten erzählen, oder? Aber man kommt gar nicht so rum. Okay, ich mache es kurz. Okay, der kann raus. Das nächste ist der mit allem. Der ist aber schon fertig. Der kann auch raus. Geil. Ich bereite hier einfach so viel vor, wie es irgendwie geht. Ja, aber so schlau. Fleisch. Ich bereite hier auch schon mal Burgerbrötchen. Okay, ich mache dann... Ah, fertig. Zweifel. Ja, das sehe ich doch. Komm schon, drei. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Salat. Salat, schnell! Kommt. Wo muss der hin? Auf den ersten. Ja. Sehr gut. Oh, man kann doch immer die Lücke überdaschen. Oh, nein, 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 nein. Ja, ich warte doch schon. Salat kochen. Zack. Geschafft. Schon mal einen Teller mit Burgerbrötchen vorbewerten. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Ich bin doch hier schon am Rennen. Hilfe. Nein. Ah, mein Fleisch fällt allen weg da. Oder warum noch Salat? Ich bringe den Salat und serviere. Sehr gut. Lieblich. Oh, jetzt mit allem. Nein. Okay, Salat und Tomaten fehlen noch. Fleisch hast du, oder? Ja, Fleisch habe ich. Okay. So, Fleisch ist drauf. Okay. Ich hole die Tomaten. Ich wollte nur sagen, ich hole den Salat weg. Au! Jetzt ist das untergeschobste Fenner mit dem Essen. Was fehlt? Tomaten, Tomaten, Tomaten. Ja, du hast mich runtergestoßen. Mit den Tomaten. Ich rette es. Ich rette es. Ja, schnell! Was brauchen wir als nächstes? Nein! Nein! Der war nur Fleisch. Ist gleich fertig. Ist gleich fertig. Ist gleich fertig. Ist gleich fertig. Das schaffen wir noch. Hier kommt noch ein Teller. Ich kriege noch raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ich habe es zu viel runtergenommen. Ist auch noch nicht fertig. Oh! 190! Nein! Nein! Ja! Ich dachte, 200 war die Grenze. Oh! Scheiße, Mann! Aber es war witzig. Fuck! Das ist super gold. Weiter, weiter, weiter. Das funktioniert immer besser. Was denn? Hörst du nichts? Dieses Brummen hat mich irritiert. Ich dachte, es wäre mal ein Computer gewesen. Essen auf Rädern. Kann man nicht beide steuern? Ja, ich steuere jetzt gerade. Oh nein. Kann ich gar nicht eingehen. Aber wenn du steuerst, darf ich nicht. Boah! Oh, ich mache so einen Schluck trinken dann ganz weiter. Cheers. Ich habe meine absolut sexy, erotischen Stimme. Ich habe mich gerade selber angehört auf dem Band. Ich musste mich zum ersten Mal nicht fremd schämen, mich selber zu hören, weil ich erkenne mich selber überhaupt nicht. Okay, was brauchen wir? Was brauchen wir? Ich gehe nach rechts. Pilze. Oh, du hast Pilze. Scheiße, die sind auf deiner Seite. Hier, Pilze. Pilze. Du reißt es ihm einfach wieder rüber. Ja. Fertig. Hallo. Er lässt dir nicht los. Warum auch immer? Dann Zwiebeln. Wir haben eine Pizza. Pizza, hier. Zwiebeln Nummer drei. Nein, da klaut jemand unser Essen. Was? Hast du es gesehen? Ich brauche noch Pizza. Ich brauche Pizza. Hier ist kein Pilz mehr. Der wurde geklaut. Ach so, shit. Da kommt das Vieh. Nein! Weg mit dir, du kleine Spast. Okay. Zwiebel. Da. Und dann geht es mit Pilzen weiter. Zwiebel hast du. Ja! Schaffst du das? Kann es serviert werden? Ja. Du brauchst mehr Pilze. Ich serviere. Oh Gott. Warte. Nein, weg mit diesem... Dieses kleine Spast. Hier, wir kriegen... Und dann noch einen Pilz. Nein, ich habe es nicht auf den... Ach, ich habe es nicht in den Herd gestellt. Shit. So, hier, Pilze. Okay. Suppe kommt. Vielleicht kannst du die... Suppe... Warte, ich sehe... Ich mache es schon mal in den Abwasch. Okay, ich serviere. Abwasch. Kann raus. Ja, ja, ich mache es auch schon. Entschuldigung. Schaff mir Pilze noch? Okay, Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Eins. Zwei. Zwei. Abwasch. Zack, hier. Abwasch. Ach du, das Vieh kommt. Hilfe! Kriege ich... Ach du, ich muss auf X drücken und dann geht es weg. Ah, klar. Alles klar. Warte mal, ich kann es weghauen. Ja. Wenn du es siehst, X hilft. Okay. Das ist echt kein Let's Play zum Geschichten erzählen. Zum Geschichten erzählen, okay. Was dann? Tomaten hast du. Ja, warte. Warte, warte, warte. Ich serviere dich. Ich kriege noch raus. Man darf eigentlich jede Sekunde, die man steht, ist verlorene Zeit. Nein! Ah, Hilfe! Das ist voll gewalt, Mann. Boah, die Tomaten schaffen wir nicht mehr. Okay, ja. Oder wir machen gleich die nächste Tomatensuche. Die nächste Tomatensuche. Nein, das Vieh klaut schon wieder. Nein, das klaut, das klaut, das klaut. Hallo! Das klaut, weil wir zu warten. Gib es hier rüber, dann hexe ich. Hier, warte. Brauchen wir noch eine nur. Okay. Und Zwiebeln schaffen wir nicht. Tomaten, Pilz. Oh Gott. Machen wir gleich noch eine Tomatensuche. Das brauchen wir. Machen wir gleich noch eine Tomatensuche. Okay. Hier eingefüllt. Und losgereicht. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt eins in der... Oh, die Nazis! Nein, die verkleinsten. Nazis! Hallo! Ist das nicht mein Spruch? Ich brauche das hier. Oh, wir versauen es, wir versauen es. Das ist ineffektiv, was wir hier haben. Ich muss Onions machen. Ich versuche noch die Tomaten. Ich mache die Tomaten. Und ich mache Onions. Aha! Das ist halt ineffektiv aus der Hölle, glaube ich, wenn man das einzeln macht. Weil man hat so ein bisschen den Faden verloren, ne? Die klauen auch einfach die ganze Zeit. Jetzt stehe ich hier. Warte, Pilze, Onions. Hast du Onions noch? Hier, Onions. Weg, 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 weg! Nein, die haben meine Onions geklaut. Bring mir doch eine... Nein, meine Suppe bränt an. Verdammt, ich hatte wieder welche hingelegt. Die waren dann alle weg. Weg da! Nein, 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 nein! Schnell, schnell, schnell! Stell die Suppe drauf! Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht. Oh Gott! Oh, die sind so kleine Viecher, ey! Was ist das überhaupt? Die Ratten? Sie sahen eher aus wie kleine Waschbären, ey. Scheiße! Oh, das war schlecht, das war schlecht. Ja, okay. Niemals Einzelarbeit leisten. Wir trinken erstmal was. Ist die Zeit schon wieder rum? Oh nein! Das war die Vorspeise. Wir sehen uns zum Hauptgang. Tschüss! Tschüss!